Was beschäftigen wir uns seit 30 Jahren mit der genauen Bearbeitung von Natursteinen? Der Naturhartgestein hat wesentliche Vorteile gegenüber Grauguss, Stahl oder Aluminium. Wir stellen sehr hochgenaue Maschinen her für die Bearbeitung von Linsen für die Teleskope oder auch zum Schleifen von Zahnrädern oder auch dann für Leiterplattenbohrmaschinen. Die Lineartechnik wird bei uns extrem in Anforderungen ausgesetzt. Wir arbeiten mit viel Wasser, wir haben einen hohen Staubanteil und Schwingungen. Dementsprechend können wir mit den guten Maschinen Genauigkeiten erreichen unter 10 Müll. Bosch Rexroth ist ein sehr kompetenter Partner mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Sie liefern uns sehr zielgenaue Komponenten und maßgeschneidert für unsere Anwendung. Die Engineering Tools helfen uns extrem weiter. Dementsprechend können wir komplette Vorauslegungen bei uns in Hausen machen. Die ersten Linearerfüllungen von Bosch Rexroth setzten wir 1987 ein. Dementsprechend haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben dann eine 12 Meter lange Schleifmaschine gebaut. Die High Precision Option bewirkt für uns einen besseren Schleifbild und eine bessere Führung. Das Herzstück unserer neuen Produktion ist die Maschine 28x5. Wir haben einen 32 Meter Verfahrweg. Wir können riesengroße Werkstücker drauf, fünfseitig bearbeiten. Und diese komplette Anlage ist in einer 4.0-Verkettung integriert. Das Maschinenfundament wiegt ungefähr 2.500 Tonnen. Der Querbalken alleine wiegt 150 Tonnen. Bei dem kompletten Projekt haben wir über 200 Meter Linearführung verbaut. In der X-Richtung haben wir die 65er Schienen von Bosch Rexroth drin, wo diese Brücke drauf sitzt. In der Y-Achse haben wir 55er Schienen drin. Die Firma Bosch Rexroth liefert uns den Windetrieb für die Shuttle-Systeme für den Werkzeugwechsler, die Hydraulik für das Werkzeugwechsler-System und die Motorspindel für den Hauptantrieb. In unserem vollklimatisierten Feinmesseraum können wir eine Genauigkeit von ein, zwei Mühe erreichen durch Nachleppen, bevor wir die Linearführung grundieren. Die Firmen Reitz und Bosch Rexroth sind seit Jahren unser Partner bei der Produktion von Leiterplattenbohrmaschinen für die Smartphone-Fertigung. So stellt Reitz jährlich 650 Maschinenbetten als Vormontage-Baugruppe für uns her. Neben der hohen Qualität der Linearführungssysteme zeichnet sich Bosch Rexroth durch die hohe technische Kompetenz und einer engen Verzahnung zu uns aus. Die Partnerschaft mit der Firma Bosch Rexroth ist eine lange gewachsene Partnerschaft. Diese Full-Service, die wir bekommen, hilft uns sehr beim Auslegen der Linearführung. Wir empfehlen Bosch Rexroth deswegen weiter, weil wir also die Erfahrung gemacht haben, dass sie uns auch in schwierigen Situationen weitergeholfen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017